so ich nenne das video mal enemy tiger riding weil hier ist der feindliche tiger und meine leute werden direkt am flieger angegriffen und ich blieb jetzt hier auf den feindlichen tiger der hier rumfährt und werde gleich ihre infatrie ausschalten der tiger hier nervt total die leute leider schon wieder das enemy tiger riding schon zu ende habt ihr tiger besatzung ausgeschaltet wahrscheinlich war dies leid dass ich auf ihn rumreite hey hast du mal ein paar verbände für mich hast du verbände für mich wendet ist gehe hier in deckung gegen deckung kommenter danke mal vielen dank dass hier vorne jemand ist nämlich noch verbinden kann ist der hammer sondern lauf mal stelle weg ich reiße mich gleich die vorwärter verloren er hat er zerstört er kommt in häusern scheiße die politik ist ja egal hier ist noch was drin wir müssen die gar nicht so weit haben wieder hochziehen hermann gute arbeit ich würde ich gern befördern wenn ich könnte aber ich kann nicht das war saugut das schreibe nein das war mega tiger besatzung ist noch im leben gar nichts bei sanken stehen wir wieder neu da sehr schön neue munition alter los geht's okay diese runde sieht wieder gut aus für mich tiger versucht er immer noch rauszukommen ich reite den tiger nochmal aus welcher richtung kommt dieser freunde vereinzelt kommen sie auch aus süden aber ich glaube primär ist es westen nordwesten oder ja bis jetzt hat mich erwischt ja bis jetzt hat mich erwischt